bingo bingo bongo bach 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 gold ist außer da rasch A, Non Stop rasch A, ich geh mal B gucken nur dass sie nicht schaffen lass mal die Sendung nochmal wir gehen alle A ja, mir geht A wenn die aber euch sehen mit der Bombe früh genug dann geht der B und ich halte B durch Snake, man? ja genau, falls ihr euch früh sehen bevor ihr richtig drin seid ich halte einen lang flaschen oder wir gehen durch raschen stratz okay ist kein schwein auf lang war da rein einer konnte aneinander rampe einer steht auf kam spawn ist nicht mehr afk der ist gerade ich hatte auch gerade drei noten man kann nicht mehr mitkommen ich probiere es mal mit der diegel aber ich habe keine auf jeden fall geteckt ist dann hinter die box gegangen kakt daran wusste ich kann ich bin ja jesus ich bin schon doch was ich will sagen im broken wall in der smoke dann kommt auf einmal die perfekte flash und ich warte auf naja unlucky glaub ich geh mal lang lange auf äh ich dachte drop b hieß es doch gerade ach so ok hat er wieder keiner zugehört wir können drop a sagen wir machen ein bisschen passt genau und drop a ist da ich bin gerade in ebooks ich hänge fest ich bin gerade in ebooks ich hänge fest da liegt eine m4 da ist noch einer im connector wo liegt eine m4 vor dem fenster ich komm hier nicht weg ich komm hier nicht weg ich kann da gehen der ist gedingt ich komm hier nicht weg hier steht eine direkt eine Tür mit Glock gedingt ja eine steht da 2 ah ok er war trotzdem nicht ganz so 25 in 1 das war sogar durch die Züge die Dings überhaupt kein damage man gegen Headarmor und gehen wir hin erstmal kurz halten lass mal die haben einen relativ guten gerade irgendwo reingerutscht da haben die ultra gemolliht und alles die nehmen heftig viele Nades lassen wir warten bis die alle Nades aufgebraucht haben keine Ahnung 30 Sekunden 40 Sekunden vielleicht müssen wir ja nicht zu super lang warten äh drop hat wieder gemolliht lang ist down oh gepusht long B-long gepusht nice lang ist es down äh water kann noch einer sein Beta oder Kristen Gang 4 gegen 3 geht zusammen nicht alleine irgendwo rein rennen jetzt geht die Bombe rum Bistengang ist sauber 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 einen einen äh dropper ich glaube drehe dich mal kurz um um den Boost zu checken hinter dir ok alles gut achso ok stimmt vor vergessen ja das ist schief gehen können korrekt erpurscht deckt auch hinten in der Seite vor opland ich ok side ist clear einer in dem Raum mit der Rampe da hoch ja äh balcony einer 40kp letzter balcony sehr schön das war schön das war schön spray control ok burst control burscht burscht heisse du solltest ja eigentlich mad mad burst nennen findest du da rum ja noch ok ok das wird ja schon total eingefallen du solltest du das ist gut genau so wie eisberg aber auch immer noch senior eisberg heißt und ich find's awesome hehehe water is anna down yes enners steht drop anna ist sehr lang keiner wie lang ist nempfer oder box irgendwo der ballert hier durch smoke die ganze zeit ja und trifft mich auf 31 runter ist runter drop ist geboostet wow shit ab down hinter der kiste stehen 3 3 auf lang hinter der kiste down sehr schön dropper steht ich will die bombe nach rocket ja ich will die bombe nach B hinter an rockets dort dropper 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 auch trocken die ich bräuchte was er hat gejobbt andererseits warte mal kurz die werden wahrscheinlich deswegen gehe ich nämlich zuerst rein einfach was so kann ich mich auch zu not opfern mit der umbe ich glaube nämlich der eine hat gerade eben schon abelang ist die auch mal in richtung 2 direkt vor schocker sind wir lang bei der box er ist runter ich habe keinen einzigen gegner ich habe einen einzigen gesetz auf kopfschand er hat auch gebläst ich habe nämlich eine umrichtung vorgehen da kann ich nämlich ich mache mal wenn ich sterbe auch nicht weiter ich flash auch da vorne aus wenn es dann ein Aufbau kommt. Echt ist keiner. Close! Dort. Klaus! 22. Ich smoke da. Da ist einer close. Ich sterbe, ich sterbe. Nein, es geht weiter. Meine Kugel kriegt. Die Bombe. Connector. Weißt du, Quatsch. Noch einer. Noch einer Connector. Schottief halt, man. Okay, letzter Connector. Könnte eine Art haben, Connector. Müsste aufpassen. Connector hat gesmoked. Soll ich eine M4-A4 mitnehmen? Irgendwie nicht. Ich habe auf jeden Fall eine Art nicht hilft. Ich habe einen Stern-Backarm. Ich habe einen Kill. Was hat denn eigentlich der eine auf A5 gemacht? Jetzt kam mal rum, hab das halt eine shitty Spray gemacht. Habe ich nicht gekillt. Oh mein Gott. Und der hat die Nähe draus gemacht. Oder hat mich... Shotgun spielen. Hat mich zwei Sekunden angeguckt einfach so. Ich bin wieder Shotgun. Keine Ahnung, was mit dem los war. Hat mich halt ewig angeguckt, weil ich meinen Spray da verkackt hab. Du musst die Nova kaufen. Dann hat mir dann die... Hat mir dann die Nate vor die Füße geworfen. Ach, ich mag die Saut. Die war mit der Nova komisch. Auf die Nova. Echt? Die ist vor deine Füße geflogen? Ja, die ist hinter mich geflogen. Bei Knuffpisch hat es halt echt aussehen, als ob die im solchsten Bogen über uns alle geflogen werden. Na ja, die ist hinter mir weggeflogen. Der eine ballert gerne durch Smokeflat. Pass auf. Ich auch. Ich nade auch nochmal durch. Ich komm mit Xendo. Sehr schön. ABP auf... Slitch. Dauern. An der Dropper. Dropp. 30 kW mit Shotgun. KB... KB ist clear. Shotgun ist clear. Ah. Dropper steht noch. Wie hab ich den verkehrt? Mony Drop. Andertore? Irgendwo? Dropp, 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 dropp. Ah, shit. Dropper ist zurück. Ich bin noch Piste. Dropp. Nice. Dropp hast du? 3 gegen 2. Eich... Close bei der Standbe. Close bei der Standbe. Liste Zeit. Let's on side. Rechts, rechts, rechts. Hat mehr AK. ich glaube ich nicht so wie kann es sein was irgendwie nicht wirklich glück die er auf nicht würdig war eine api muss man eigene kaufen er hat die abgenommen ich kann ich jetzt mal nicht mehr was kann ich machen nach hinten auf sichern weil auf rush ist halt nicht so ich gucke einmal rein klär einer statu mit auf einer checken checken und starte Sticken down Starbill da Nice Ein und Tor mit off Tor mit off Drop Drop Was ist die Bombe? Negef, ernsthaft? Pfff 25 HP Alter Hat der jetzt angemacht? Ist meine ernsthafte Frage, hat der gerade angemacht? Irgendwie schon Er hatte 6 kills Der spreadt ganz nett auf euch, der gibt mir halt einen Tab in den Kopf Ja Und dreht sich dann halt direkt zu mir und killt mich halt instant Das war schon seltsam Können wir kaufen noch? Ähm, Eisberg nicht Könnt ihr aber droppen, Centro könnt ihr droppen Wollt ihr kaufen? Ja Ich hab nicht drauf, sorry Das war alles Das war noch ein bisschen Ich will party mal Ja, ich will party mal Ja, mach das zu sicher Was, was, was? Haben wir gerade nicht drauf gemacht? Die boosten gleich drauf hoch Wenn sie smaken, boosten sie die drauf hoch Und da steht meistens einer close Ey Feist, ey Feist, ey Was? Ich schiss mir gerade ganz weit im Weg, wenn ich losse 2 Drop wieder Oh mein Gott, die fucking Nade Nade Drop runter Achtung Eisberg Einer zählt sich, äh einer zählt Oh ja Ich komm zu dir Ach komm schon Einer auf Titanic Long einer, Long einer Long rauspufft sich Ist zurückgegangen Richtung Long rein Drop 80 HP links Ab und Pee Ab und PSB, lang runter Ich glaub's ein 2A Water-on-Long, glaub ich. Das ist ja. Herzhaft. Der Edo gerutscht wird. Ander lang. Toast. Side, Edo. Recycling? Oh nein, auf der Seite. Auf der Seite. Was? Echt jetzt? Durch die Tür? Seriously, wer war das? No Patrick. Wollen wir eine Eko machen? Ja. Ja, müssen wir. Ja. A-Long? Ich würde eher Water waschen. Das ist nur Water. Water, würde ich sagen. Flash dann rein. Tom Cornels. Flash Water rein. No money. Flash kommt. Schnaues pay. Enter the bloc Dominic. Não Da? Ich hab den smoke dort. Einer möchte ich nicht abstehen, aber nicht zu gehen. Rohr ist, dass der ein MotorDas absteht. Könnte ich nicht abstehen, wie ein kann? Ja, Moment. Ender vor allem, ich hab den smoke, dort. Einer, aber sich Gott nur zurückfassert. Ich nehme mir vor, die sind keine Ahnung, wer jetzt zu können, Mann. Wir gehen. Der eine Typ da, der mega-fockt die ganze Zeit im Drop und killt mir hier mal. Der Job ist eh schon schwierig, wenn da noch einer drin ist, also fishy ist wie der Typ. Die naden auch ganz gerne mal hoch, die sind meistens zwei im Job. Ich glaube, da oben ist genadet. Einer ist Broken Wall. Ernsthaft? Oh, nice. Ich geh zurück, ich geh zurück, ich geh zurück. Der Funk, einer kommt von hinten. Zwei von hinten. Noch einer, noch einer. Das ist noch einer. Nice. Okay, 2-2. Der eine Typ ist Dropfabler, der Smurf. Der lebt noch. Wir sind um den Mittwoch, um uns nicht fliegen zu lassen. Stimmt. Wir müssen Richtung A gehen. Ja. Wir müssen den halben Weg schleichen hier. In der nächsten Position. In der nächsten Position. In der nächsten Position. Ich hoffe es ist der andere. Der wird da irgendwie herkommen. Natürlich kommt halt Danse aus dem Ende. Seriously? Sehr schön. Oh, that's the fuck. Gut, das ist jetzt schon reported, aber das war ein schöner No-Scope. Holy fuck. Bekomme ich einen Drop? Äh, ja warte, ich droppe den. Der ist aber echt fishy, der Typ. Der ist mega fishy, Alter, what the fuck. Alter, er ist auch gleich bis zu dir hingeschlichen. So, ah nee, gar keinen Zeitdruck, lass mal schön langsam schleichen und alles checken. Und das hat auch der erste Spot. Schon ein bisschen... Und dann hat er dich schnell gepickt. Wenn du long gesessen wärst, dann hättest du dann nicht die Steps gehört. Dann hättest du ihn da gekillt. Oh! Okay, krack krack. Wenn du sagst, die rein zwischen den B? B-Long ist bisher noch keine hochgekommen. Okay, wir machen. Vielleicht kommt? B-Long ist noch keine hochgekommen. Äh, Drop, kannst boosten. Ich geh mit rein. Natürlich steht er jetzt wieder auf Stay Tuned. Hinter Statue oben. Wahrscheinlich noch einer chicken dann, wenn du so spielst. Der rot Kabi ist clear. Ficken ist clear. Und Swap in. Einer aufside. Da fucking shit. Einer rock, glaub ich. I don't... Rock. B-Long, B-Long, ja B-Long. Rock. Und B-Long ist raus. Ah, schade. Ja, ich hab immerhin einen Plant bekommen. Immerhin. Kommt halt auch raus und hedgerst du dich halt instant. Nämlich ja, ich hab instant den Taste, also. Obwohl ich in der Ecke stand, wo normalerweise keiner steht. Ist auch ein deutscher, by the way. Deutscher hat 1000 Stunden. Und 0,1 Stunden in Izea. Ich hab trotzdem keine Rolle, obwohl wir einen Plant gekriegt haben. Naja, Izea zählt ja so gesehen nicht als Stunden. Das normaler Zug. Du bist halt immer startest kurz. Naja, wenn das Usteam-Stat ist, halt. Was machen wir? Aber das ist das. Ich hab gemerkt, wir haben mit dem Dingle. Was wir eh in der Ecke machen. Dann letzte Runde richtig kaufen. Achso, halt. Hab sich deine geworfen, sorry. Mal pass. Dann nächste Runde richtig kaufen. Ich könnte ne Flash vielleicht noch kaufen wollen. Aber die pieken jetzt halt auch nicht mehr B. Alles, glaub ich, Richtung Lang rüber. Okay, einer. Der Chip war gerade die ganze Zeit auf B. Ja. 50 AP noch. Hier hab ich gehittet. Was? Perfekt. Nice. War ja klar, dass die Grenade genau dann perfekt reinkommt, wenn ich da guck. Oh, die dort unten. Ah, die dort unten noch. Dann hast du noch. Dann hast du noch noch. Dann gerade eben ganz links Water unten. Ich glaub, dass ich da links bin. 50 oder 50 auf. Ja, rechts in der Box. Ja. Also ich bin tot, also mit mir brauchst du nicht rechnen. Ja, du kannst vorgehen und halt beten. Ja, ich kann die Bombe carrying, wenn du willst. Da muss einer. Oh, yes. Ach, ho, ho. Perfekt. Hinter dir. Einer pusht dich bestimmt schon von hinten. Ne, beide da. Ach, shit. Meister. Gute ECO aber. Gute ECO. Ja. Okay, letzte Runde. Woll ich dich kaufen jetzt? Fuck man, jetzt schon elf Liegestütze. Kann man nochmal Water irgendwie rushen? Ja. Ja, irgendwann nicht. Es stand gerade eben ein Board da drin. Einfach ganz links. Okay, ich find's viel zu spät. Ich guck raus, ob ich's reinflashen kann. Flash kommt. Ach, ich geh down. Oh, go, 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 go. Da steht. Er ist noch da. Door down. Blend für lang. Gut, gute Molly. Geht nicht aus. Sehr schön. Irgendjemand fang nicht lang. Oh, oh, oh. Ach, oh, oh. Der Bicke doch die Bombe sitzen bleiben einfach. Der Bicke nicht. Der Bicke nicht. Der Bicke nicht. Oh, ich dachte ich hätte ihn jetzt gewonnen, Schattenhof zu verliegen. Wollte ich auf den Eifen. Weil ich hab... Ja, weil Cross ist halt genau, wo sein Kopf ist. Gras gewesen ist. Gras. Ey, sechs auf T-Seite ist halt echt... Da müssen wir eigentlich noch reinhauen jetzt. Ist noch einigermaßen über. Ich geh Water. Ja, eigentlich ist es halt eher so süß. Ich kauf einen Kitz, ich treff gerade nichts. Ich geh B. Ich geh wo auch immer hin. Haben wir B? Haben wir jemanden A schon? Ja, ich geh Water und D noch. Dann geh ich... Door. Ich geh erstmal Drop. Und alleine A. Bzw. Zeigt euch nicht von Drop Door. Ich halt einfach nur von Window. Also ich lass die Drop reinkommen. Ah, das sieht sauber aus. Viele Steps bei Drop. Eins, zwei, drei, vier, Drop unten. Noch einer im Connector. Ist Window schon raus. Geht nach A. Nice. Ja, zwei sind hinter Three. Drei bei Three. Andere im V-Rock. Sehr schön. Scheiße, ich war halt gar nichts erwartet halt. Sehr schön. Ich? Oder was? Ich hab auch Fanny Armor. Ich kann nicht einfach so reinrennen. Ja. Ja, das stimmt. Aber er teilt halt irgendwie einen Dings, der hinter Rock steht. Er bleibt halt im Connector stehen. Der Connector war noch einer. Den hab ich ja... Haben wir das gehalten gesichert übrigens, ne? Ja, ja. Den gekillte mich. Den smogged. Der smogged. Der smogged. Smoggedirekt belong. Ja. Warum, Kit? Ja, Dieter. Übrigens gibt's auf Copy jetzt einen Riki, wo man sich verstecken kann. Ja. Ja. Ich geh in Job rein. Deploying Decoy. 2A, 3A. Ich halt diesmal richtig. Bombe A. Okay. Ich verlasse Job. B ist aber auch irgendwo. Bombe A. Ja, ja. Pass, pass. 2RAMP. Viele RAMP. Viele RAMP. Einer RAMP oben schon. 2RAMP oben. Ganz links. Da ist noch einer. Da war noch einer ganz oben. Deploying. Flashbang. Einer long und einer links RAMP. Ich stehe hinterm Baum. Könnte sein, dass er nach Bea paut. Ich stehe hinterm Baum. Es ist Water runter. Da. Water. Könnte sein, dass er long kommt oder nach Bea paut. In Down Smoke. Bleibt zusammen. Wenn er einen Plant kriegt, kriegt er einen Plant. Aber nicht. Also dass er traden kann halt. Eisbar geht nicht zu weit. Da geht D. Ich habe einen Kit. D doch. Beide Kit. Okay. Ich geh aber überhaupt rein. Ja, geht zusammen. Hauptsache ich kann traden. Geh'n Walkway lang. Ich geh'n andere Seite. Soll'n Checks online. Jetzt aber schnell. Nice, nice. Er hat es. Sehr schön. So muss das gehen. Ich hab'n mal 62 in 3G. Ihr könnt euch übrigens bei B in die Ecke herstellen. Die ist ziemlich nice. Sieht mal die Wache auch nicht. Sein letzten Update. Mit dem 4-1 war ich mir nicht so ganz sicher auf die Ecke. Ja, geht nicht. Hab' ich schon. Das hab' ich nämlich noch nicht ausprobiert. Kann ich andere bei Dings auf B bei Tree hochboosten? Ja. Ich geh'n Drop rein. Also ich kann dich nicht boosten. Ja, ich booste ihn. Weil ich kann von da smoken, wo ich dich booste. Einer B. Äh, einer A. Ich hab' den da. Ich hab' den da. Ich hab' den da. B, B, B. Ich komm' B. Noch einer Plattform. Und einer hinter Box. Zwei noch Plattu. Ich flash. Flasher. Flasher. Flasher war. Ich war' long. Okay. War meine Smoke. Zwei waren noch. Zwei waren noch. Einer pushed mich. Bei denen er einfach zwei Slack gemeint hat. Genau bei dem. Statue, äh, äh, ja. Okay, ja, weint. Der wird um die ganz weirden Sound-Bug. Ich höre bei dir. Vorsicht, Flash, bitte. Ah, und das ist auf der A. Auf der Seite. WTF? Wahrscheinlich Connector, äh, Stopp runter. Ah, fuck. Der ist da irgendwo, oder Ramp. Der ist irgendwo Kloster, ich hab den grad gehört. Ah, der ist an, äh, Ramp, ja. Nice, nice. Das ist mein Eisberg. Ja, schön. Ich will nämlich grad Steppen hören, irgendwie. Lass mal eben nicht selber mit der Nave treffen. Und die dann auch gehen. Ich hab halt grad eben die Leichen, also die Tote, von den Gegenden, die Links- und Rechtshunde gehört, die auch hier gekillt wurden. Und dann nimmst du die M4. Ich kauf eine Schottie. Ja, das hab ich auch schon mal ein paar Mal gehabt. Soll man zu zweit erspielen, die Runde? Ja, bitte. Soll... Ich hab keine... Ich hab keine... Ich hab keine Smoke im Drop. Das könnte hässlich werden jetzt. Ja, dann smoke ich bei dir kurz. Ob mit... Pushed. Laying down smoke. Wenn du geh... Vielleicht... Äh, das ist nicht... BA passiv. Das ist mein Connector. Flushbang. Lass... Lass... Lass die Frage in seiner Bibliotheken dann einfach. Intendiary. Ich hab grad ne Orb geballert hier. Was ging... Ah, einer ist oben im Drop. Perfekte Nate auf mich natürlich. Brauch Hilfe, A. A kommt glaub ich was. Genau. Alter, einer ist im Drop. 50 TP mit ner Orb. Was wird das denn bitte? Einer lang. A lang noch. Das ist alleine A. Jopper geht glaub ich back, oder nicht? Muss ich vorsichtig sein. Der hat nicht geklappt. B lang, B lang. A kommt. Na B lang ist grad was gestabbt. Womit ne auch sein. Nice. Oh nice. Kann man da nachher... Ja, ich weiß. Ramp B ist einer. Eine Water. Und einer lang. Ah, 2 auf A. Das ist Patrick. Würde ich gleich von hinten pushen. Okay, ja. Äh, das ist Patrick, man. Der hat mich halt gerade perfekt erstmal gekobeyed. Voll mich verstehst du dich. Dann kommt du mit dem Orb rausgepillt. Weißt du, das ist Patrick. Er stötet der Ding ins Madbus unten bei Water. Geht in den Dropper. Und geht dann Water wieder hoch. Warte, der hat... Komm halt raus. Hat mich erstmal perfekt angepillt. Perfekt gekobeyed. Das ist Patrick. Er stötet der Ding ins Madbus unten bei Water. Ich hab den Dropper rausgepeakt. Hätte ich nicht mehr viel gehabt, wäre der tot gewesen. Und... Das... Killt mich halt instant. Ich kann euch über... B lang drüber flashen. Ah, sie sind Dropper aus. Lops viele Steps. Wahrscheinlich B lang. Es flashte mich halt. Dieses Mal flashte halt die ganz anderen Positionen. HBP down. Tattoo. Romm mit B. Bei Plateau noch. Äh, bei hinter... 3. Hinter 3. Ah, auf Sides schneller. Auf Sides Tattel. Nice. Einer B lang. Oh... Oh, das ist noch einer Zeit. Letzter. Letzter. Hat 50. Yes. Der legt mir ab, äh... Genau unter hier. Dann. Der Ball ist Lucky. Nice. Ich sehe Eco 4K. Müssten wieder eine E-Core haben. Brauch jemand einen Drop? Hab schon. Soll ich A spielen oder weiter nach B gehen wieder auf? Wie du willst. Ah, bleib B. Klappt gerade einigermaßen. So, wir mal hier boosten an dem Neck. So, du wirst uns schon lange laufen. Weit. So, ganz viele A, ganz viele A, ganz viele A. Ich verlasse den Drop. Sind schon Rampe durch. Bombi auch da, ja. Bombi ist nicht da. Lang, äh, ihr könnt... Das sind drei langen und einer unten. Ich bleib trotzdem erstmal noch auf B. Wurde jetzt gerade einer auf Side gerannt. Bombi down. Bombi down. Lang, einer noch. Push dich, push dich. Nice. Ah, Wood. Oh. Genau, hilft. Was hast du eigentlich gerade für ein ganzes Teamplay, Mann? Wer auch immer auf der Zeit so lange am Leben geblieben ist, gut gemacht. Äh, Edu hier. Ja, was? Auf dem Kloppt. Wer auch immer auf der Zeit so lange am Leben geblieben ist, gut gemacht. Äh, Edu hier. Ich mein nur, weil... Ich bin halt einfach weggerannt. Er ist halt in der Zeit gesessen. Dann haben die ihn gepusht, er hat eingekillt, ich hab den anderen hingekillt. Das hat halt perfekten Sinn. So muss das eigentlich spielen. Na übel. Einfach lang aushalten, bis die Rotation. Einfach wegrennen. Äh, am Leben bleiben bis die Rotation. Dann können die erstmal gar nichts machen. Einer vor langen Splash-Spieler. Oh fuck, lang pushed wieder. Holy shit, was ist mit ihm? Ich schieße ihm im Kopf, der stirbt nicht. Ach du heilige Scheiße, Mann. Zwei B lang durch. Äh, A lang. Patrick hat 60 gewonnen. Einer ist noch B. Besitzer. Besten Morph, das ist ja gerade auf B gerannt, hat er einfach alle gehackt. Ich spraye jahre dem in den Kopf rein. Ich mach dem irgendwie 68 und 5000 mit dem 4. Hätten keine Kohle eine Ico vielleicht? Ja, lasst eine Ico machen. Gib mal noch mal eine Pitofilie für. Das hat für ihn gut funktioniert. Das war die VK-Runde mit deiner Pitofilie nämlich. Das ist ein absurdes Spiel, Mann. Das ist ein bisschen. Wow, okay, die naden böse. Wow. Aber ein Spock verkackt. Da ist viel Water. Kann das Drop wieder? Ich glaube, ich hab gerade oben am Drop-Op. Im Drop-Op, ja. Der ist gehillt. Der ist gehillt. Der ist gehillt. Das ist schon wieder zu zweit gewesen. Ja, ist schon zeitlich. Zwei Au-Site, planten A. Einer A-Long und zwei Au-Site. Echt, das? Der Smough checkt halt den Punkt, der cheatet, Mann. Der cheatet. Einer ist auf jeden Fall lang. Einer ist unter Balcony. Einer ist unter Balcony. Und zwar bis zum... Hier. Er war hier beim... Äh... Bei der Sword-Line. Hinter den Direkten runter. Pass auf, dann spiel ich lang. Peekwurst, die aimen dich ab. Äh... Ich aim die auch ab. Ich spiel Drop wieder vom Window. Also die können Drop runterkommen. Zeigt euch nicht von der Drop-Tür. Weil ich hab keine Nades dafür. Dann stelle ich mich jetzt einfach wieder hinten hinschicken. Ja. Ich hab keine Nades, wenn ich das nicht gut halten gerade. Also ich glaub jetzt erstmal wieder defensiv hinschicken. Einer, Water. Drop, Achtung. Geh nach A. Schau auf. Verschieb auch mal Dummy. Ich bleib mal hier. Water-Tier ist, Achtung. Ja. Einer, Wood down. Ramp down. Long down. Ich glaub da war noch einer Long. Ich bin nicht sicher. Äh... Ah... Fuck. Long ist auch noch einer. Pass, pass. Alles gut. Ich hab ihn grad gesehen, bin nämlich hinter den... Währenddessen hinter den Fack gegangen. Wie ein Vollidiot. Ich hab nämlich grad vorne einen gesehen und wurde da hinten geschossen. Ich hab ihn hinter den Fack noch getötet. Das war ein bisschen awkward. Hattung, ich gebe dir die Acker dann. Wow. Sendo hat sie. Mettos jetzt. Ach, nein. Shit. Alle haben die AWP. Jede darf mal anpassen. So bleiben? Jede darf mal anpassen. Ja, passt. Ähm... Ja, ich smoke den Job diesmal, aber ich spiel's wieder. Ich spiel's einfach wieder... So halb AFK. Äh, spiel's genauso auf B. Komplett verdeckt in Dingschiffen. Da Steps bei B. Kommen einen Job runter wahrscheinlich. Ich glaub, da sind schon welche Jobs? B lang noch runter. B lang noch runter. B. Einer ist nach oben. B lang. Natürlich kommt er im Laufen wieder raus. Was? Einer ist am Job drin. 30 AP. Gebt, griffen B. Eine war in Richtung Platouren. Weiß. Passt auf Drop auf. Window. Was lauten? Läggeschissen, Edu. Oh, auch. Äh, Window. Nutz, Edu. Bei 3, bei 3. Fuck, 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 fuck. Dort, way. I'm the shadow, ja. Direkt. Yes. Nice. Es ist mein Boy. Falls du es schaffst, es ist eine Orb. Aber die AK ist auch schon mal gut. Was, was mach ich eigentlich? Köln sind so confused. Entschuld. Ich sag die ganze Zeit die falsche Sachen. Äh, Drop, Window. Äh, nee. 3. Was denn? Kein Stress. AK ist auch okay, wenn du dich kriegst. Nice. Der wird alt. Erfüllte Sachen durchgelande. Okay, drop. Kein Scheiß. Ich kann verbrauchen. Oh, ich hab mal full Nades für den Drop. Das ist ja mal, das ist ja mal ganz narrativ. Sollten wir wieder eine ECO haben. Die haben gerade nämlich gekauft. Bis heute kaum Geld haben. Nicht viel zumindest. Ja, shitty. In der Mitte ist einer. Beim Drop oben sind es Steps. Throwing Smoke. Smoke. Wielang gar nichts. Alang ist gerade noch ruhig. Ah, einer Drop oben. Fahr mal ein bisschen zurück. War nicht runtergekommen. Nö. Ich lass kurz Drop offen für eine Sekunde. Ich geh window, weil der hat nicht gesehen. Also das Drop ist so halb offen. Die können runterkommen und durchrushen. Drop unten. 2 Bil ES, 2 Bil ES. Wieser and Cheaten sind wieso. NATURLICH! Sind Plateau durch. Einer ist hinter der Tür. Hinter der Tür. Könnt auch safe, wir haben kaum Geld. Wir können kaum kaufen. Naja, er ist saved. Werden sich nicht. Ah, er wird auf. Ja, die handen euch. Der ist raus. Lasswaha lang rennen. Alter, wie der am Cheaten ist, Alter, wie der am Cheaten ist, man. Ja, aber der war halt schon im fucking Water und jetzt hat er einen schönen Lange rausgekriegt. Ich hab gesumt, als das schon unter uns war. Er macht die ganze Zeit auch so scheiße. Ich hab absolut kein Geld, aber wenn wir ne Eco machen, könnt ihr die auch kaufen. Ero, peter, 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 peter. Ich hab 19. Das geht fuck mehr. Iceberg, Iceberg zu werden oder mich boosten? Oh ja. Eine Water. Das erste Mal, dass die das mollinen, man. Das erste Mal. 70 HP. Nice. Wie lange ist er noch? Ja. Ja, natürlich. Fick dich. Der hatte 50 HP, der schmobbt. Der Patrick ist halt genauso am Cheaten, man. Der hat Finn auch die ganze Zeit so scheiße gemacht. Weiß halt auch immer genau, wo die Leute sind. Sollen wir nochmal tauschen, Muffy, dass ich Dropspiel. Ich kann mir hier nur ne Shotgun verkaufen. Geekroben. Ähm. Wir haben doch gerade eben Geekroben. Lass mal, ich geh trotzdem mal nach B. Ich geh trotzdem mal nach B. Jetzt haben wir zwei Shotguns zu sehen. Wir müssen nicht durchpushen, nur einfach einmal pushen, pushen, einkillen. Weiß Water. Zwei Nate Water. Und ich bin tot. Eine down. Oh, Vorsicht. Noch eine Waterfall. Achtung, komm zu dir hoch. Okay, wir pushen halt nicht weg, ist das nicht? Ja, ich bin low HP. Flash mal B lang und peeks dann. Okay, schlechter Flash. Ich glaube, Bombe war übrigens auf A. Ah. Glaub ich. Push grad durch B, durch B ist nichts. Wow. Rotiert schon mal rüber. Vielleicht Drop noch, aber... Drop hab ich nicht gecheckt jetzt. Letztes müssen irgendwo Rampwater sein. Oh, natürlich, der ist... Der ist... Der war D-Law. Der war D-Law Richtung B ist da gegangen. Nice. Nice. Mindestens einer verdient wollte, aber ich nehm mal an, das ist der erste. Das ist vielleicht auch der zweite, vielleicht auch ideal. Vielleicht auch Smallfield, der weiß fucking gut wo wir sind. Ja, der Patrick, der ist aber auch still nicht. Der sieht mich, ich schieß auf den, ich wechsle halt total die Position, geht ganz woanders hin, dass er mich nicht pre-aimt. Und der kommt nach draußen, headshot mich dann wieder instant. Als hat er mich gepre-aimt. Da hab ich Spiele oben, also so... Sollte es vielleicht nicht so weit vorgehen. Äh, Xen, du lass mal B gleich pushen. Soll ich Menschen machen, aber da kam keiner mit. Ich flash es und dann... Ich flash über B drüber, über Plattform. Die kommen auch. What? Äh, einer ist noch raus. Fuck. Ja, zwei raus. Kommen wir. Der Typ, man, wir hast halt übertreibt. Weiß es auf. Weiß es auf? Äh, eine sieht einfach. Eine. Einen Job. Achtung, leider ist eine. Für die letzte. Der Smurf lebt vorne, wo du wahrscheinlich handelst. Ja. Ich dachte, der ist vielleicht raus. Wobei nein, der hat Wallhacks, natürlich geht er nicht raus. Ja, einer von denen hat Wallhacks, der wird den genau sagen. Ja, ja. Das wäre... Wahrscheinlich Smurf dann. So, letzte Runde. Yes. Ah, shit. Und ich kann ja nichts kaufen. Oh, Humpel. Ich hab ein Kit. Wollen wir das halt stacken vielleicht? Ja, lass B stacken. Mal ein Gamble machen. Ich hab nur ne Pistol, ich mach hier... Ja, wahrscheinlich wenn wir da nicht mitmachen mit uns. Ne Pistol kann... Das ist eh niemand. Bei mir ist niemand. Ich bin super blind. Die sind schon B. Ja, wir sind schon raus. Ja, wir sind schon raus. Ja, wir sind schon raus. Natürlich. Morph ist auch nice. 3 gegen 2, einer pustet die B raus. Oh, 3 gegen 2, einer pustet die B raus. Oh, 3 gegen 2. Ganz gut. Ja, einer. Ernsthaft? Durch die Wand. Echt, das hab ich gesehen grad. Axel, der cheatet auch. Der ist Plateau hinten gewesen. Flanter, Flanter. Flanter, sei ich wie die gefahren ist. Ja, ja. Einer hinter der Statue und einer weiter links hinter der Statue. Rechts, rechts, rechts. 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 Den verschießt er. Block. Hast noch nen Kit. Oh! 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 Nice! Der hat sich halt perfekt gewaltered. 24 Liegestütze. Wollt ihr mich verarschen? Hä? Herr Pfannmann, Herr Pfann. Er hat sich halt angestrengt. Oh! Oh!